Hallo, Inas Nacht heute mit Lena, die frisch entschleunigt nach dem Songcontest gekommen ist. Und dann die Hardcore-Moderatoren Joko und Klaas sind da und ich freue mich auf Musik von Kesper, das wird ganz, ganz toll. Und dann haben wir ja in Österreich noch eine ganz schräge Kapelle ausgegraben, die holzt doch auch nicht mehr Big Bamboo Club oder so ähnlich. Aber die sind toll, ich freue mich, ich freue mich. Wir haben wahnsinnig viele junge, hübsche Leute heute in der Show, wo irgendwas ist. Warum wohl, warum wohl? Hallo! Oh, meine Jobträgers! Na, Frau Müller, wie sieht's heute aus? Ich hab' ein nettes Publikum im Haus. Ist das Bier, was hier schon steht, wohl für mich gemacht? Mein erster Gast, auf den ich mich freu, der hat in Oslo alles abgeräumt. Den Eurovision Songcontest, wie man richtig sagt. Oh, Lena, du komm doch einfach rein. Trinkst du Bier oder lieber Wein? Ich freu mich, dass du da bist und erzählst, was grad so los ist. Ich begrüß mit mir, Lena! Ich hab' den Ballettunterricht gemacht, Lena Meyer Landruh! An so einem Abend dieses schmal machende Shirt anziehen. Welches Shirt? Na, dieses Shirt ist so schmal, guck doch mal. Wollt ihr, das ist ein ganz normales Shirt. Ja, du bist so schmal und dein Shirt macht es noch schmaler. Tatsächlich? Ja, guck mal, ich... Aber du hast noch... Guck mal, du hast einen schmalen Gürtel. Ja, 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 ich hab dafür einen schmalen Gürtel genommen. Man soll aber ja eigentlich breite Gürtel nehmen, damit man selber schmaler wirkt. Deswegen kamen mir die breiten Gürtel eigentlich sehr entgegen. Aber Hansi, du bist so schmal, dass du keinen breiten Gürtel brauchst. Aber, Mausi, ich arbeite ganz anders als du. Ich hab' früher auch so gearbeitet und jetzt arbeite ich, das geht immer höher, ne? Und krieg' hier den Gürtel und da, wo es... Der einzige Punkt, wo es noch ein bisschen smal ist, der wird hervorgehoben. So, was trinkst du? Bier oder lieber Wein? Wein, bitte. Ehrlich? Oh Gott, Bier. Wie toll. Äh, ich trinke Bier. Rot oder weiß? Äh, weiß. Und wollen wir einfach ne Schorle trinken? Ja. Weil dann sind wir nicht so ganz so schnell beworfen. Nicht so total breit sofort am Anfang. Ja, ja, ja. Wir würden zwei Weißweinschorlen, glaub' ich, nennen. Soll ich durchrutschen? Bitte schön. Oh, Baby. Oh, das denn, oh, wenn ich einmal kurz, ich muss was machen, nimm mal hoch und leg den mal da auf. Danke, dass die jetzt gezeigt wurden und hat es sich wenigstens gelohnt. Hat sie dir jemand geschenkt oder hast du dir die selber gekauft? Ich hab's schon gesehen. Passt du mittlerweile total auf, was du sagst? Äh, ja, erst mal anstoßen. Ja. Prost. Prost. Hey, 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 hey. Hoee, 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 hoee. Allein in den Morgen. Zum ersten Mal klopft ihr nicht Kronen, Kronen, äh, Synchronen, Entschuldige. Zum ersten Mal klopft ihr keine Kronjuwelen. Ich wollt' sagen, wir waren chronologisch. Das klappt immer. Ach, du, weißt du, was mich wunderte? Darf ich so ein bisschen anfangen mit Sachen, die mich wunderten? Dass du totaler Britney Spears-Fan warst. Wem? Bist? Oh Gott. Oh Gott. Also ich... Ehrlich? Keine Ahnung. Also klar, als Teenager war das cool und 2001 war es sowieso cool, weil Britney da einfach cool war. War Britney jemals wirklich cool? Total. Ja? Ja. Auf jeden Fall. Ach, na gut. Ach denn, ich hab von Anfang an irgendwie gedacht, die war noch nie so richtig. Doch, die war super cool. Aber die stand doch denn da mit so Zöpfchen und so ein bisschen Porno-Schuluniform, also weil es auch gerne im Porno-Bereich benutzt, ne? Das war ja das allererste Lied und dann ging's ja los mit Ups, I did it again im roten Latex-Anzug. Ja. Also da war dann so dieses Schulmädchen-Sex war dann vorbei irgendwie. Hast du dich denn auch verkleidet so wie Britney mit so Zöpfchen und mit so einem Glockenrock und so? Ne. Nicht? Aber so getanzt? Ja, getanzt regelmäßig mit meiner damaligen besten Freundin haben wir uns täglich eigentlich im Wohnzimmer zusammengetan und Choreografien eingeübt. Und dann so im halbstündigen Takt zu den Eltern. Wir haben was vorbereitet! Und die mussten dann gucken? Ja. Und dann? Kannst du das noch? Was habt ihr da gemacht? Könntest du noch so eine Choreografie? Ja. Also ich weiß noch einen Schritt, weil der war total easy. Kann man den hier auf der Bank machen? Ja und zwar haben wir so breitbeinig gestanden. Oh ne, dann kann ich den nicht auf der Bank machen. Also einfach, wenn man steht, dann ist es, sie hat ein Lied Crazy heißt das. Und da haben wir gesagt, you drive me crazy. I just can't see. I'm so excited. It's been to be. So, das ist fertig. Also, äh, das ist, das ist fertig. Wir haben immer so Barclay James Harvest und so gehört und hingehen immer an so Ecken und haben so geraucht und, aber das ist natürlich viel sportlicher. Also, you drive me crazy. I just can't see. Okay. I'm so excited. Okay, nochmal. Es gibt so Momente, da fühle ich mich irgendwie jung geblieben und es gibt Momente, da fühle ich mich wahnsinnig alt. Ja. Und das ist so einer davon. Weil, wenn ich jetzt sagen wir mal mit 26 nicht aufgepasst hätte. Dann wärst du an der Hand vorbeigeschlittert? Nee, dann wärst du vielleicht meine Tochter. Also jetzt, also dann könntest du meine Tochter sein. Du bist doch 20. Ja. Ich bin 46. 46? Ja, alt, ne? Hört man dich eigentlich im Saal, wenn du erzählst, hört ihr eigentlich da hinten, wenn Lena spricht? Dann ist ja gut, weil ich hör dich hier schon ganz leise. Du hast so ne leise Stimme, Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, das ist, so rede ich ja. So. Ja, das ist richtig, aber nicht so ein lautes Organ. Vielleicht ist meins aber auch einfach sehr laut und deins ist normal. Vielleicht hörst du auch einfach tierisch schlecht. Jungs, das dauert nicht mehr lange, dann steh ich da draußen bei euch. 30 Jahre. Aber ich hab noch 30, na, ich sag mal noch 20. Ähm. Ja, ich hab auch nicht noch einen Bericht gehört, dass zu viel laute Musik die Ohren kaputt macht. Muss ja nicht mit Eichert. Das sind ja nicht viel laute Musik. So, machst du nie mit Kopfhörer und dann so richtig so laut bis kurz vor wehtun? Nee. Wow. Aber dann wird doch Musik erst geil. Tja, abends drei Fragezeichen zum Einschlafen. Immer noch? Mhm. Manchmal. Okay. Ich muss was fragen. 15 Monate, Crash-Berühmtheit, Bundes-Lena, alle sind Lena und auf einmal wumm. Wolltest du auch wie Britney, du spielst dir mal die Haare abschneiden oder schlimme Sachen machen? Also, ehrlich gesagt, war ich nie so rebellisch drauf. Auch bis jetzt noch nicht. Ich glaube, die ist auch weniger rebellisch als einfach nur fertig. Obwohl, ich hab heute gerade, ich hab gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und sie, die hat rote Haare jetzt und ich hab mal vor zwei Jahren gesagt, ey, wär doch voll geil, wenn ich mir die Haare orange färbe. Und dann sagt sie, wie eklig, geht gar nicht, Lena. Und dann hab ich gesagt, oh, ich find's voll cool, wenn ich mir ein Septum stechen lasse. Und sie sagt, oh nee, geht gar nicht. Aber wenn du so lange schöne braune Haare hast, wie lange das dauert, bis dieser rote Shit da raus ist. Muss man wieder gegenfärben. Ja. Ich hab, also meine sind jetzt nicht gefärbt, deine? Nein. Doch, ich hab mir so einen kleinen grauen Ansatz färben lassen, weil's natürlicher aussieht. Ansonsten hab ich heute die Hochzeitsfrisur-Variante, hab ich heute gedacht. Ich dachte, zur Spitze passt es. Was ist mit Drogen? Das ist ja menschlich. Zur Eurovision Song Contest-Zeit gab es nie, also ich mein, ich hab immer so mitgefühlt und hab gedacht, wenn ich jetzt da hinten Lena wär in der Garderobe und ich müsste jetzt vor 120 Millionen Menschen rausgehen und das Lied singen, jetzt bräuchte ich was. Entweder ein Taxi oder was ordentliches. Ich weiß nicht, aber mich hätte da keiner rausgekriegt. Also ich hab noch nie Drogen genommen, deswegen kann ich nicht sagen, was sie bewirken. Ich auch nicht, aber in dem Moment hätte ich sie gebaut. Also ich hab zu viel Schiss davor, einfach den totalen Verlust der Muttersprache zu erleiden durch so Drogen, weil ich schon von einem Schnaps auf dem Boden liege. Und deswegen... Und was hat dir geholfen, dass du da doch raus bist? Ja. Ja. Schubsen? Ja auch. Echt? Ja. Also ich war tatsächlich... Wir hätten uns doch echt in die Hosen gemacht, da wär doch keiner von uns rausgegangen, oder? Ich war echt, also ich war kurz, echt, ich war kurz davor. Und dann muss man auch sagen, ich finde, wenn du dann noch ein Lied hast, wo man so... So machen kann, geht's, aber du musst dich ja... Du konntest ja nicht mal dich bewegen, damit die Nervosität rauskommt. Oder sagen wir mal, dann hast du so ein Mikro in der Hand und dann würde man doch... So würde mein Mikro... Bye, you're a stranger. Und hast du, als du rausgegangen bist, ganz kurz das Gefühl gehabt, jetzt kippe ich um? Nee, ich hab kurz bevor ich rausgegangen bin, das Gefühl, jetzt übergebe ich mich. So, und das ist ja scheiße, weil das ist ja live. Ja, und ist auch nicht gut für die Stimme. Oder man hätte... Nee, und das Ätzt macht die Zähne schlecht, Ätzt die Zähne weg. Ekliger Mundgeruch. Ekliger Kotz-Mundgeruch, ist auch doof. Wäre jetzt fürs Fernsehen nicht so schön. Das sind diese billigen, die man nur einmal aufmacht und dann wieder zuhaut und dann einfach weglegt. Du, ich hab hier noch so ein paar Sachen... Was magst du denn generell an Männern? Hast du einen Mann, wo du sagst, den find ich ganz toll? Also meinen Freund find ich ganz toll. Du hast einen Freund? Das find ich ja toll, den hab ich jetzt gar nicht gefragt, weil ich dachte, das würdest du nie erzählen. Ja. Und mit dem bist du schon lange zusammen? Ja. Ich hab den mal gesehen. Ja. Darf ich das denn auch sagen? Ja. Und der ist extrem sympathisch und ganz nett und ich hab Hallo gesagt und das weiß ich schon ganz lange, dass du einen Freund hast. Und ich hab das nirgendwo erzählt, aber wenn du das jetzt hier erzählst, find ich das auch gut. Ja, also mein Gott. Ja, also es ist super. Du musst ja dann immer so lachen, wenn wieder in irgendeiner Zeitung stand, der ist jetzt dein Freund, jetzt ist der dein Freund und der... Wir wussten alle immer Bescheid, aber die Zeitung nicht. Ihr Idioten. Ich glaube, es ist einfach, weil du halt nicht von Anfang an direkt rein bist in die Boulevardpresse, müssen die sich einfach was ausdenken. Ja. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir noch? Wir haben eine Gemeinsamkeit. Also wir haben glaube ich einige Gemeinsamkeiten, habe ich dir lesen. Wir sind total viele. Aber du guckst so gerne Horrorfilme. Ja. Ich auch. Ja. Ich liebe Horrorfilme. Und es ist so schrecklich und so schön. Und ich bin ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Was ist dein Lieblings Horrorfilm? Ich hab diese Scream-Dinger natürlich geguckt und ich hole die ja immer... Es ist so, ich habe bei Saturn einen Berater. Dann geh ich immer hin und der sieht ganz... Der hat lange schwarze Haare und ist ein Gruppi. Krompula ist da! Und ist ein Gruppi. Und dann sagen die immer schon, wir holen Guido mal. Und dann kommt Guido immer und drückt mir so 10 neue Horrorfilme. Und dann muss man sich eigentlich immer merken, wie die heißen. Ja. Aber es ist dieser, wo dieses Pärchen in dem Haus wohnt. Also der ist so ganz gruselig. Funny Games. Nein. Wenn du den Titel sagst, dann... Ich erklär dir mal, wie der ist. Das wohnt in dem Haus und es ist ein Geist in diesem Haus. Und der ganze Film geht nur darüber, dass der Mann eine Kamera installiert ins Schlafzimmer. Ah, Paranormal Activity. Den finde ich ganz schlimm. Es gibt nämlich jetzt den zweiten Teil. Ich mag den kaum gucken, weil das verfolgt mich sehr. Das ist Horror very, very fies. Und dann mache ich aber auch diesen Splatter mit, da liegt schon jemand auf dem Boden. Ja. Und dann hörst du nur am Anfang... Und dann kommt schon die Kettensäge. Und das ist ganz schrecklich. Das ist natürlich ganz schrecklich, aber man muss sich ja immer, finde ich, entscheiden. Nein, es gibt ja die Emotionen, es gibt so Liebesfilm, traurig, Schnulze, Emotionen, oder? Und es gibt wirklich die Schrei und die... Es gibt mal die beiden Masken, die da hinten liegen. Hinterm Buddha sind zwei so Masken. Ah ja, die Scream-Masken... Ja, 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 ja. Manchmal öffne ich so die Tür, das finde ich immer ganz schön. Wie geil. Wenn Zalando kommt. Oh Gott, oh Gott. Und man kann die ganz toll aufsetzen. Und die stinken. Und die stinken so schön. Nach dem Trost an Linien. Aua! 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 Ich liebe das. Und weißt du, was du gesagt hast? Dass du nach so einem Horrorfilm... Weil du guckst den immer alleine auch? Ja, manchmal. Immer Teleshopping. Ja, und danach guckst du immer Teleshopping. Aber das finde ich, ist ja noch mehr Horrorfilm als der Horrorfilm an sich. Ich setz mal wieder ab, okay? Ist warm drunter? Mir wird schlecht. Ehrlich? Ja, das stimmt so. Aber es riecht nach Korgummi eher. Also, wie der früher bei uns auf dem Dorf roch, der Korgummi. Als er noch nicht so weit entwickelt war. Das sieht echt hardcore aus. Ja, aber lass ruhig auf. Horrorfilme sind geil. Liest du auch Horrorbücher? Ja. Ich habe jetzt gerade von Jack Kitchen Evil gelesen. Das ist echt billiger Horror eigentlich. Aber es ist total geil. Sowohl ein bisschen. Ja. Billig und geil. Es wird die ganze Zeit eine Fruchtfliege vor deinem Gesicht rum. Mhm. Es ist aber immer dieselbe oder sind es mehrere? Es ist eine Öffnung. Ähm. Oh, der fiese Schlauch. Oh, der ist toll. Oh, der ist super. Was kommt denn da für Luft raus? Wo kommt die Luft denn her? Was hat denn Mama gemacht, dass die dich so ents... Die kommen, das sage ich dir. Ich wollte eigentlich hier drunter so eine Klimaanlage haben. Das ging aber nicht, weil man es hört. Und dann wurde ein Rohr verlegt. Ein Rohr verlegt. Von draußen hier, unter der Bank durch. Hier hoch. Und dann so. Crazy. Ja, bisschen Crazy. Crazy Girl. Was hast du die letzten vier Monate halt nicht gemacht? Das war jetzt aber gerade eine große Fliege. Hast du das gesehen? Nee. Das war schon ein Brummer. Das war schon ein Brummer. Die sonst nur im Mac sitzen und auf Hack. Das finde ich ekeligere als Horrorfilme zum Beispiel. Wollen wir mal ein bisschen singen? Ja. Und stimmt es, dass du überlegt hast, Theologie zu studieren? Ja, Philosophie. Philosophie und Theologie. Ja, es ist Philosophie jetzt. Das ist geil. Hast du eine Putzfrau? Bitte? Hast du eine Putzfrau? Wer kam das denn jetzt? Von mir. Aus welcher Ecke? Wo hast du das hergekramt? Ja, Putzfrau. Okay, nee, ich habe keine Putzfrau. Ich putze mein Klo und ich koche selber. Ich koche auch gut und backe auch. Echt? Backst du auch so zwischendurch so einen Kuchen? Ja, und auch Brownies und Kekse. Und ich koche tierisch gerne. Und das dann? Ich. Ja, alle so die Lust haben. Ich bring auch, also ich backe auch und gehe dann irgendwo hin und sage, hier iss mal. Und du bist ja jetzt umgezogen von Hannover nach Berlin. Nach Köln. Nach Köln, so. Ja, ich denke immer du bist Berlin, aber bist du gar nicht. Köln. Köln ist schön? Ja, super. Kannst du einfach einen Kaffee trinken? Seid ihr befreundet eigentlich? Äh, ja. Ich würde schon sagen. Wollt ihr schon mal, wollt ihr schon mal reingrooven? Wir singen jetzt einfach. Ja, ich würde schon mal reingrooven. Ja, Lina, geht das für mich. Ja. Ah! Ah! He is a mighty good kid Yeah Put it on your mind Put it on your mind He throws me Kills me He is love and kind Another harm of his love And I think I'm gonna slip Lose my grip Ain't too bad at course or slip Let's sing now What a man What a man Yes, he is A mighty, mighty, good man He is a mighty, good man Yeah What a man Deeper inside of new What a man I'm not ashamed of showing I'm not ashamed of showing He can't do the good God He can't do the funky Broadway Cause he can The funky four corner He can back up Back up and do the tighten up What a man, what a man, what a man What a mighty good man Say it again now What a man, what a man, what a man What a mighty good man Yes he is A mighty, mighty good man He is a mighty good man Yeah Yeah Oh Nice song Super, das ist ein schöner Song Ja ne? Den hast du für den Film What a Man aufgenommen Mit Matthias Schweighöfer, der lief im Kino Und haben die dich direkt gefragt Und fandst du toll? Ja fand ich super Habt ihr schon Bierdeckelchen eigentlich Vielleicht ein paar vorbereitet? Sie Wir gehen hier mal rauf Was? Warte, ja ich muss mal eben gucken Sollen wir nicht mal jetzt Plätze tauschen oder was? Nein, wir setzen uns jetzt da oben mal rauf Warum steigen wir hier drauf? Weil wir jetzt da, guck mal so Und dann ist es jetzt der Abend für mich und meine Irms Okay, gut, dass ich Kannst du da auftreten? Ich hab ein bisschen Schiss Ja, ich ja nicht Ähm Wir machen es anders Bitte Ich mach vor Ja, okay Fertig Warte, warte Jetzt geh ich runter Du gehst drüber Du darfst mal nicht oben bleiben Zähne Ey Okay, langsam komm ich auch in den Groove Dann trinken wir nur einen Ich trink, wo ist mein Bier? Wo iss mein Bier Mann? Hallo ich bin Tina Wo ist denn mein Bier? Was hast du für eine Schuhgröße? 38? Wir haben 38 und ich nehme aber ehrlich gesagt immer 39 damit hinten. Und wenn ich dann Blasen habe, kann ich da Tempotaschentücher hinten reinstauben. Und vorne noch 5 Gelpads und so. Die Einzigen, die helfen, sind welche, die in einer grünen Verpackung sind. Die helfen, die sind ganz toll. Die vergisst man manchmal, obwohl man gebadet hat. Dann kommt man raus und nach ein paar Tagen denkt man, hoppla. Keiner Scherz. Hast du manchmal, wenn du sehr viel redest, auch Laberschaum im Mund? Manchmal, ich sehe das, dann kommt so fupp und dann denke ich, oh wie peinlich. Die Leute denken, da kommt jetzt noch Hühnchen. Das ist ganz weiß, leicht schaumig. Wenn ich viel geredet habe und das ist glaube ich Laberschaum. Also mein Mund wird immer trocken. Also ich habe keinen Laberschaum, ich habe den Trockenmund. Das habe ich nicht, ich habe eher immer zu feucht. Ja, auch nicht schlecht. Generell. Geht noch was mit Jimmy Blue? War das auch mal? Ja, war auch mal. Also war nicht, war auch mal eine Schlagzeile. War auch mal eine Schlagzeile. Ist nie was gegangen. Was ist das überhaupt? Das sind jetzt Bierdeckelfragen vom Publikum. Ach so. Von den Leuten da draußen, von meinen Shanti-Jungs und alle. Gib mal ein paar Stifte und Bierdeckel raus, die dann wieder eingesammelt werden. Genau, schreib mal schön. Alle dürfen schreiben. Super. Hast du schon mal ... Schon mal ... Widersprochen? Widers... Was? Wieder mit IE? Widersprochen wird nicht mit IE geschrieben. Wer hat das geschrieben? Grammatik? Ja. Okay. Wieder von wieder und wieder gleich gegen. Aber guck mal, er hat hier, hat ihr überlegt. Ist nicht schlimm. Ja, warum nicht? Hä, ich hab doch, ich widerspreche doch andauernd. Lena, glaubst du, du hättest den Eurovision auch mit Pickeln und Haken-Nase gewonnen? Haken-Nase. Das kann man doch nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich bin so nett zu dir. Wieso du? Ja, weil ich gerade mit dir zusammen so ... Wie gemein. Und hier müsste ich eigentlich sitzen. Ja, genau. Hättest du ja nicht den auch gewonnen mit Haken-Nase mit Pickeln. Ja, das ... Weiß man nicht. Weiß man nicht. Also ich hab ... Ja. Ich erinnere mich noch an den Moment, als Rab mal irgendwann zu dir sagte, du hättest so eine unkonventionelle Atemtechnik und du sagtest, entschuldige, ich habe keine. Ja. Ich habe gar keine. Ich habe gar keine Atemtechnik. Ja, und das war sehr lustig. Und so war es einfach auch. Ja. Ich glaube, da war auch einfach Glück und ... Guck, widersprochen. Wie war das denn so, als der Busen von RTL vor deinem Gesicht bekannt war? In der Schule. Warst du dann noch in der Schule? Ja, ich war bis zum ... Das war doch dieser Wasserhüpfer. Ja. Wo ja auch so getan wurde, als wäre da jetzt ein Pornoshooting gemacht worden. Dabei wurde diese halbe Sekunde genommen, wo man raushüpft. Ja, und die, also die Brüste waren auch, wurden, sind falsch, also die wurden dazu gemalt irgendwie. Ehrlich? Ja. Das finde ich aber fies. Ja. Wusstest du das? Was? Dass die das dann machen, dass die da dein Gesicht haben und dann ... Ich habe das gesehen, ich habe mir das angeguckt und dann haben die das, ich habe das, also man sieht ja, ob das jetzt seine Brüste sind oder nicht. Hat der Playboy bei dir mal angefragt? Äh, ja, ich glaube schon. Und hast du abgesagt? Ja. Würdest du das machen? Nein. Bei mir haben die auch ihn gefragt und zwar das jetzt irgendwie zu machen, weil das wäre doch so toll und das wäre doch gerade so in, alte Frau und Nacktfotografin. Ich habe gesagt ... Ja, das fing, das fing doch an mit, äh, Frau Thomalla. Ja, das stimmt. Also da, äh, kam ein Buch. Was hat der noch gemacht jetzt? Äh, Kathi Witt war auf der XXL. Brigitte Nielsen hat das auch gemacht. Brigitte Nielsen hat das auch gemacht. Brigitte Nielsen hat das auch gemacht. Und ich habe gesagt, gerne aber, ob sie noch 20 Jahre warten könnten, dann wird's richtig schön. Dann wäre ich bereit, glaube ich. Ich hätte gerne ein Bärenfell. Hallo, Fallobst mit drei Buchstaben? Achso. Fallobst mit drei Buchstaben? Nein, nee. Oma. Gemein. Komm, ist lustig. Ja, ist lustig, aber auch wieder gemein. Ich habe noch einen guten. Na? Und zwar kommt ein, ähm, kommt ein Typ mit einem Buckel zu einem Typ mit einer Glatze. Und dann sagt der Typ, ey, Quasimodo. Und dann sagt der Typ, weißt du, was ich in meinem Rucksack habe? Ein Kamm. Ich habe auch einen. Ich bin nicht witzig. Nee, ich habe auch einen. Super witzig. Sorry. Sitzen elf Lilliputaner am Tresen, kommt einer rein und sagt, no, ist der Kicker wieder kaputt. Haha, den bin ich so gut. Den bin ich lustig. Das ist total fies, dass ihr jetzt meinen blöden Witz von Ina hier total Alarm macht. Aber ich finde ihn gut. Ja, super. Ist der Kicker wieder kaputt. Nee, ich weiß Bescheid. Alles klar. Kennst du eigentlich das Lied Perfekt von Casper? Kenn ich. Und findest du das auch so geil wie ich? Ich finde das super. Dann finden wir es beide super. Ich finde es ganz toll. Wir möchten es gerne hören. Und deswegen ist er heute auch da. Ich habe ihn eingeladen. Begrüßt Casper! Yes! Das war spontan. Abschließen. Das wusste ich auch nicht. Das heißt abschließen. Und den habe ich dir beigebracht. Den habe ich von einem Kollegen dann irgendwie gekriegt. Und dann gibt es noch einen, der heißt dann Foto gesaved immer hart. Das hast du dir gerade so krass ausgedacht. Nein, nein, nein. Das gibt es wirklich. Ihr würdet auch gut zusammenpassen, so als Typen finde ich. Nein, wirklich. Hi. Hallo, na. Sollten wir das direkt jetzt an die Zeitung geben? Lena jetzt zusammen mit Casper? Ja. Ich höre lieber auf. Wollen wir singen? Ja. Ich geh mal mehr mittig. Ja, genau. Das wird mir so angewiesen. Guck mal, jetzt hast du einmal das Klavier und damit hast du deinen Ton jetzt. Toll. Mann, ich komm mal nicht vom Hip-Hop. Ich brauch immer nen Ton. So. Let's do it. Bist du der, der sich nach vorne setzt? Den man beim Sport zuletzt wählt. Sich quält zwischen Cheerleadern und Quarterbacks. Den man in die Tonne steckt. Nicht ein Tag, jahrelang. Dann in der Abschlussnacht ganz allein zum Ball. Doch wenn schon scheiße tanzen, dann so dass die ganze Welt es sieht. Die Arme in der Luft, beiden Beinen leicht neben dem Biegen. Und wenn du mit der Königin die Fläche verlässt. Sag dir, diese Welt ist perfekt, perfekt. Du lachst, du weinst. Du strahlst, du scheinst. Du kratzt, du beißt, was sei vorbei. Und wie du brennst, wie du siehst. Alles wird perfekt. So perfekt. So perfekt. So perfekt. Alles wird perfekt. So perfekt. So perfekt. So perfekt. sitzt. Mädels finden dich süß. Jungs abgebrüht, alles geht mit Fingerschnips. Locker hingekriegt, touchdown, Siegerpunkt geholt. Gewinnertyp am Campus, nächstes Jahr dann Superbowl. Nachts allein die Panik, geht am Ende wirklich alles auf. Druck dir selber zu viel, Sportding eigentlich Vaterstraum. Und wenn du dann das Haus der Eltern endlich verlässt, sag dir, diese Welt ist perfekt. Du lachst, du weinst, du strahlst, du scheinst. Du kratzt, du weißt, Fastenzeit vorbei. Und wie du brennst, wie du brennst, wie du brennst. Alles wird perfekt. Alles, alles, alles wird perfekt. So perfekt. So perfekt. Alles wird perfekt. So perfekt. So perfekt. Du lachst, du weinst, du strahlst, du scheinst. Du kratzt, du beißt, Fastenzeit vorbei. Wie du brennst, wie du brennst. Alles, alles, alles wird perfekt. So perfekt. So perfekt. So perfekt. Du lachst, du weinst, du weinst, du weinst. Du lachst, du weinst, alles wird perfekt. Ha! Kesper! Kesper, toll, toll, toll! So toll! Und das ist schon mal die Musik für unsere nächsten Gäste! Die haben Bärte, die haben Bärte, Joko, Hein und Lars und Tütt, die haben Bärte, die fahren mit! Ich freu mich nur auf unsere nächsten Gäste, die haben zwei sehr attraktive Männer, kann man sagen, ne? Zwei bärtige Männer. Du hast vergessen, dir dein Paar zu färben, Kleines. Du hast vergessen, deine Haare zu färben. Die haben Bärte, die haben Bärte, die haben Bärte, Joko, Hein und Lars und Tütt, die haben Bärte, die fahren mit! Die haben Bärte, die haben Bärte, Joko, Hein und Lars und Tütt, die haben Bärte, die fahren mit! Joko, Hein und Lars und Lars und Lars! Kleebt nicht? War mein Schweiß an, klebt nicht? Nein, der klebt nicht mehr, ich weiß auch nicht. Der ist aus deinem Oberlippenschweiß. Vielleicht, das ist natürlich unabhängig. Das sieht richtig komisch aus, ne? Aber guck mal, das jetzt! Ja, aber es kommt einem Damenbart am ähnlichsten, ne? Wenn du einen Blondenbart hast. Aber hast du gesehen, grad, der Schlagzeuger von Kesper hat den! Du siehst, weißt du wie du aussiehst, du siehst aus wie Otto Sander! Super! So, jetzt mal die Brille ab! Ja, das ist lustig! Bisschen zackiger noch die Frisur? Zackiger? Noch zackiger? Fass mit denen Jahre, was kommt hier los? Jetzt guck doch mal! Ja, geil, jetzt guck doch mal, ich seh nix! So! Gut, ja? Bisschen Otto Sander, ne? Joko, wollen wir uns setzen, was trinkt ihr? Ja, voll gerne! Bier! Ja, Bier! Gerne Bier! Mach mal die Bärte weg! Wo dürfen wir uns denn hinsetzen eigentlich? Warte, warte, warte! Es hat natürlich System! Du gehst über meinen Kopf wieder in die Ecke! Wollen wir es machen? Okay, eins, zwei, drei! Trommelwirbel geht's! Schon zwei! So, dann gehe ich über eure Köpfe! Oh Gott! Trommelwirbel! Ist vorbei? Ist vorbei? Und ihr Jungs? Schon vorbei? Ja, ist vorbei! Keine Angst! Willst du Neemina? Ja gerne! Das mach ich jetzt mal für die Jungs so ein bisschen! Ihr dürft ja drum knobeln oder Schnick-Schnack-Schnuck machen! Lachen eigentlich heute noch Schnick-Schnack-Schnuck! Macht ihr sowas? Nö, heute spielt man... Oh, jetzt hätte ich mir fast was rausgerutscht! Ich hab' nur ein! Ich muss ja was so sagen! Prost! 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 Seid ihr eigentlich Freunde? Na ja! Na ja! Ich hab' ja versucht, so ein bisschen... Ich kann mal mit dem Spacken... Nee das ist... Ich hab' ein bisschen über euch was zu lesen und dann gibt's mal, sagt der eine, ne wir sind echt Buddies und dann sagt der andere, na wir sind schon sehr unterschiedlich, was so viel heißt wie ich hasse ihn! Nee, wir probieren so ein Mysterium aufzubauen, mit extrem verwirrenden Informationen! Nee das ist... Die Frage stellt sich so ein bisschen nicht, weil wir so viel miteinander rumhängen müssen, ob wir wollen oder nicht, dass wir uns jetzt privat jetzt nicht auch noch absichtlich verabreden. Woher sollt euch mein Dorf kennen? Eigentlich von 17 Meter am meisten, ne? Wahrscheinlich! Also das ist doch jetzt ne... Hat doch jetzt ne populare... Ja ja! Also es gibt jetzt Handys, alles haben die da, aber bei 17 Meter bei der Sendung pro 7 kommt immer Samstag... Samstag! Genau! Viertel nach 8 kam das jetzt ne ganze Zeit lang und dann wird's, nächstes Jahr wird's das wieder geben und so, das ist dann immer nur hin und wieder mal... Wie lange dauert die Sendung? Ewig, ne? Die zum Machen oder zum... Ich als Gucko hab's noch nie geschafft die ganze zu gucken, ich warte mal bis zum Schluss, wenn die letzten vier so anfangen, unlösbare... Ja? Ja dann halt ich's aus, aber ich find das wahnsinnig lang, bis aus 20 Leuten... Das ist total lang! Ja, ja, ja... Hat schon mal einer einen Vorschlag gemacht, war ne Stunde weniger vielleicht? Ja, ja, dir zum Beispiel! Na ist doch so! Das Problem ist, dass dieser Slot aber, wie man so schön in der Fernsehsprache sagt, einfach zwei Stunden ist und deswegen muss die Sendung zwei Stunden lang sein. Aber ich hab mal gehört, bei mir war mal Michelle Hunziger zu Gast in der Sendung und das war Freitagabends, bei Viva war das noch, und die sagt dann ja, ich muss abends jetzt nach Italien und ich muss da so ne Abendshow machen und dann hab ich die auch gefragt, wie lange geht's denn? Und dann sagt sie, ja kommt drauf an, wie lange die Konkurrenz sendet. Das heißt, sie kriegt dann... Ja, wenn die Konkurrenz überzieht in Italien auf dem Konkurrenzsender... Ja, machen die auch länger. Ja, dann kriegt sie aufs Ohr, die machen länger, denkt ihr mal da raus. Ja, sag mal was und das in der Live-Sendung, das find ich aber ganz schrecklich. Naja, und dann kommt halt so italienisches Fernsehen dabei raus, das ist so... Ja, aber gut, aber deswegen tanzen dann auch irgendwelche barbusigen Damen auf einmal auf der Blüte. Das ist ja jetzt nicht das Problem, aber wenn man... Aber grundsätzlich, wenn man einfach sagt, rede mal ne halbe Stunde irgendwas... Also ich... Gut, das ist vielleicht die falsche... Also ich... So was zu kritisieren, aber... Für mich wär das machbar. Es gab mal ne Zeit, da kanntet ihr euch noch nicht, da warst du Friseur. Ja. Das find ich ganz toll. Das stimmt, ja. Und du bist ja ganz normal von der Schule runter und deine Mama hat gesagt, Junge, du machst mir irgendeine Ausbildung. Wir haben zu Hause den Deal gehabt, mach mal irgendwas und so und dann hab ich das halt getan. Weil mein Vater hat das für große Freude gesorgt. Der hat sich da am Anfang bisschen schwer mitgetan, aber mir war halt schon klar, dass ich das wahrscheinlich nicht mein Leben lang machen würde. Warst du denn talentiert? Nee. Kannst du noch irgendwas? Nee, das muss man sagen. Kannst du noch irgendwas? Ja, ich kann so irgendwas, kann ich bestimmt. Kannst du irgendwann die Haare schneiden? Nein, aber weißt du was... Kannst du jetzt mir die Haare schneiden? Ach Scheiße. Darf er dir mal eine Assipalme machen, weil du hast gesagt... Die Haare schneiden, die müssen sowieso geschnitten werden, die sind nämlich total kaputt vom Pool. Also so unten abschneiden kannst du im Prinzip auch selber, wenn du dich ein bisschen konzentrierst, aber... Mach doch mal Klaas jetzt. Ich möchte vorher noch eins erzählen, Lena, bevor du das machst. Es gibt diese Geschichte von dir, dass eine Familie auf dem Sofa saß und die haben alle ganz schlecht Haare geschehen. Und die sahen aus, die sahen aus wie so meine Blumen auf dem Balkon, ne? Wirklich, die sahen aus. Das war unglaublich. Wir haben... Ich hab dann so... Ich hab dann so mitgearbeitet und die Leute... Weißt du, die auch einfach lieblos so trocknen lassen, die Menschen, oder was? Mach mir ne Assipalme machen. Du hast gesagt, du kannst so toll Hochsteckfrisuren. Echt? Achso. Ich hab so ne Assipalme. Aber du hast doch keine. So. Nee, ich... Dann sollten wir jetzt mal eben die Plätze wechseln. Ach... Das ist aber wirklich nicht mehr so gut. Also ne Assipalme, du siehst gleich aus wie bei Frauen tauschen. Wieso hat sich jemand ne Schere? Dann muss ich nicht zum Friseur. Das willst du nicht, Lena. Das willst du nicht, Lena. Aber die Schere, die ich hab... Du siehst gleich aus wie... Immer. Aber die ist ganz gut. Guckst du manchmal mitten im Leben? Nein. Was ist das? Das ist so ne... So ein Kulturmagazin bei RTL. Das läuft Nachmittag. Und da sind Assipalmen hoch im Kurs, sag ich mal. Ist das wieder so weit? Ja, ja. Ich kenn die ja noch aus der Originalzeit damals. Ja, da wird sich gestritten, die Tür geknallt. Halt, stopp! Und so wird da geschrieben. Ach so schnell. Das müssen wir nochmal machen. Aber Entschuldigung. Assipalmen sind doch die, die hier oben so auseinander sprechen, oder? Ich weiß das doch. Ich kann das doch alles nicht. Ich probiere abzulenken. Wahrscheinlich. So hab ich meine komplette Ausbildung geschafft, indem ich einfach gelabert hab, gelabert, also letztendlich moderiert. Ja. Und die Leute haben teilweise nicht gemerkt. Ich hab dann zum Beispiel, man sagt im Friseur, Jargon, nicht grün, sondern Asch. Oh. Ja. Dann sag's dann halt, oh, die sind ja etwas Asch, die Haare. Und man muss ein bisschen Produkt reinmachen. Grün? Ein bisschen Produkt, ja. Und Komplimentärfarben benutzen. Komplimentärfarben, mit Shampoo, wenn alles zu gelb ist. Genau. Dann benutzt man so lila Shampoo und die haben halt gelbe Haare. Es ist so. Die haben gelbe Haare. Kann es sein, dass sich Klaas diese Geschichte, dass er eigentlich Friseur ist, nur ausgedacht hat und das weiterhin einfach... Das kann sein, aber wenn er das getan hat, finde ich, ist sie sehr weit ausgereift. Dann ist sie schon, ja, okay. Die Medienpersönlichkeit, Klaas, ist genau durchdacht. Ja. Und du hast doch... Ihr habt beide Zivi gemacht, also beide nicht beim Bund gewesen. Nee, natürlich nicht. Und du hast doch in einem geriatrischen Krankenhaus... Ja, geriatrische Abteilung. Mach das mal selber, das ist schon... Nein, boah! Nee, passt das schon. Ich will nicht mal an. Genau, ich hab auf der... Und da gibt es Geschichten, die fand ich so schweinelustig. Sag nur, I will survive. Kannst du die Geschichte bitte einmal erzählen? Ja, ist vor allem geil, wenn du die Pointe einfach quasi eine Ankündigung versetzt. Nein, aber das... Aber guck mal, als ich die Pointe verraten habe... Das ist echt das Letzte, ne? Als ich die Pointe verraten habe... Die Geschichte ist eine halbe Stunde lang, ne? Und die Pointe ist weg. Ach, du bist dumm. Nein, ich erzähl's nicht. Das hätten wir jetzt gar nicht gecheckt. Nein, ich erzähl's nicht. Ich kann's kurz erzählen. Das war so zum Beispiel. Also, ich hab immer Krankenhausradio gemacht. So fertig. Och, du bist kein Friseur. Im Leben nicht. Du bist kein Friseur. Ich hab ein Krankenhausradio gemacht. Das heißt, ich bin jeden Samstag... Ich muss erzählen, ich kann nicht beides gleichzeitig. Und das kann ich sowieso auch nicht alleine. Ich hab Krankenhausradio gemacht. Das heißt, ich bin immer Samstags rumgelaufen und hab so Musikwünsche eingesammelt und hab den alten Leuten Musikwünsche aufgenötigt, die ich selber gut finde. Ja. Und ich hab dann immer gesagt, guck mal Elvis und so, das kennst du doch von früher und komm, das spielen wir mal und so. Und dann kam das halt immer. Und eine Schwester, Teresita hieß sie, die hatte Namestag. Das war eine alte Ordensschwester, die in diesem Krankenhaus gewohnt hat und dann auch ein eigenes Zimmer hatte. Der hab ich dann das Ave Maria vom Papst gesungen. Äh, gewünscht. Ja. Das geht irrsinnig lange. Ja. Das ist 20 Minuten oder so, ne? Das dauert, bis es losgeht und so. Und sie hatte kein Fernseher in ihrem Zimmer. Dann hab ich sie also in ein Zimmer geschoben mit zwei anderen Omas, die einen Fernseher hatten. Und die haben sich gut verstanden. Und sie saß in so einem Rollstuhl mit so einem Tisch davor. Ja? Drei Omas in einem Zimmer. Drei Omas in einem Zimmer, ja. Alle nicht mehr so wahnsinnig fit. Aber gut drauf und haben sich gefreut und es war was los und so. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann ging das aber so lange und die waren alle schwerhörig. Und dann hab ich den Fernseher auf Anschlag laut gemacht. Und dann ging das so lange und dann musste ich natürlich andere Sachen machen. Ich musste dann woanders arbeiten. Und hab dann das Zimmer verlassen und hab zwischendurch, muss ich ehrlich sagen, vergessen, dass die alle drei da noch lagen. Und das Krankenhausradio ging aber natürlich weiter. Und nach einer Dreiviertelstunde fiel mir das Sieden heiß ein. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sitzen ja noch alle. Und hab dann die Tür aufgerissen. Und alle drei, also zwei Omas im Bett, am Schlafen, die Schwester Teresita hinter ihrem Klemmtisch so reingeklemmt, auch am Schlafen, der Fernseher auf Anschlag laut und es lief Gloria Gainer, I will survive. Und dafür ist es so lustig. Hey, du hast als Kind immer überall Fuck-of-Wände gesprüht. Darf man das heute eigentlich erzählen? Ja, man muss aber sagen, womit. Ich habe Weihnachtsspray geklaut im Supermarkt. Dieses Schneespray. Und bin dann mit meinen Jungs durch die Gegend gezogen, hab Nazis raus und Fuck überall an die Wände gesprüht. Und war dann auch so smart. Wir hatten nichts anderes damals. Aber ihr habt doch auch irgendwie so einen Lackladen, wo man irgendwas so... Wir haben uns derwe cool gefühlt. Also es war schon so, abends unterwegs sein und dann so das Tuch hier über die Nase ziehen und die Kapuze hoch und dann so... Nee, echt? Ja, klar. Und dann schnell weg und hoffen, dass es nicht regnet in den nächsten 10 Minuten. Ja, so ungefähr. Und am nächsten Freitagsabends gesprüht, abends morgens mit Vater die Bierkästen wegbringen und dann so, mal guck diese Schweinerei an. Und dann so, ja, das ist richtig asozial, Papi. Und man war total stolz auf sein Werk. Du wolltest Hooligan werden. Ja, es gab damals so ein paar Typen an der Schule, ja, die hatten immer die coolen Jacken und die coolen Sneakers an und so. Und irgendwie hat sie mich dann immer auch schon, komm, wie ich jetzt mit ihm zusammenarbeite, zu Älteren hingezogen hat. Ich hatte grundsätzlich immer ältere Freunde und die Typen waren eigentlich so ganz nett. Und dann meinte der eine zu mir, hast du schon mal drüber nachgedacht, Hooligan zu werden? Und ich dachte dann so ganz kurz so, nee, ganz ehrlich, ich hab hier noch nicht. Aber wir fahren immer Samstag so zum Fußball und danach brüllen wir uns, hast du mal Bock mitzukommen? Und ich fand's halt mega geil, dass er nicht gefragt hat, weil die hatten halt immer so, ich bin halt so ein Sneakertyp, hatten halt immer die geilen Schuhe, die man haben wollte, aber damals noch nicht gekriegt hat. Und wir waren dann beim Fußball... Du bist aus Modegründen, wolltest du Hooligan werden? Nein, ich wusste ja nicht, dass das Hooligans sind. Und dann war ich halt da und hab gesehen, was ich machen und dachte mir so, weh, bin dann wieder Block 16 gegangen. Da bekommt aber der Begriff Fashion Victim eine ganz neue Bedeutung. Ja, das ist richtig. Ja, das war eher so eine Phase. Sie hat drei Monate vielleicht gedauert und es wäre ja auch, ich bin heute noch nicht der Stärkste, du kannst dir ja vorstellen, wie ich damals aussah. Es wäre lächerlich gewesen, wenn ich da, und auf sie! Und alle so, ja klar, mach du mal dein Ding, Alter. Wir prügeln uns mal anders. Aber wenn ich das so höre, so mit Wände besprühen, mit abwaschbarer Farbe und so Sachen, ne? Diese Spiele, die ihr macht, die finde ich so unglaublich, dass mir beim Gucken manchmal schlecht wird. Ja, mir wird auch manchmal schlecht nachdrehen. Also, nackt gefrühstückt, bei minus fünf Grad fand ich hart, noch härter fand ich ein Auto voll rauchen. Ja, aushalten, wer kann länger rauchen? Seitdem raucht Klaas übrigens. Nee, ist es so? Ja, zwei Wochen später. Komm, ich habe ja auch was ausgedacht, aushalten. Wir setzen uns jetzt mal hier oben rauf. Und zwar mein Aushalten geht folgendermaßen. Wir setzen uns hier oben rauf. Und dann? Und dann ziehen wir die Schuhe aus. Nee! Doch! Ich habe mir extra nicht die Fingernägel geschnitten, äh, Fußnägel geschnitten. Ja, aber... Wollen wir die Schere wieder weg? Habe ich doch... Wofür brauchst du die Schere? Weil ich habe folgendes Problem, denke ich gerade. Echte Gracelands, kaum zu glauben. Ich muss mir jetzt mal eben... Was ist das für eine absurde Sendung hier? Ich muss mir jetzt mal eben... Wirklich Schuhe ausziehen oder was? Oh, mein Ding hängt hier. Oh Gott, oh Gott. Du musst mir mal eben den Strumpf aufschneiden. Too much information. Sonst geht ja das Spiel gar nicht. Weiß nicht, wir müssen wirklich die Schuhe ausziehen. Guck mal, so sagen wir mal den Oma. Sie sind aus wie Stützstrümpfe jetzt, ne? Socken auf. Hallo, Socken auf. Ja, natürlich! Beide Füße? Ja, die Füße werden jetzt nass. Beide Füße, ja. Boah, Leute. Wir machen jetzt... I'm sorry. Nicht so nah. Halt, ich möchte das sagen. Wir gehen jetzt nicht so nah auf die Füße. Das finde ich auch nicht so geil. Nee, das finde ich auch. Deswegen Abstand, Jungs. Sonst filmen wir danach mal eure Füße. So, jetzt machen wir die Füße nass. So, von unten vor allen Dingen. Machen wir von unten. So. Und wer von den Jungs leckt das dann gleich ab? Warte. Senkplatt und Spreizfüße. Wir haben alle Fußdorten, glaube ich, hier echt vertreten. Jetzt tauchen wir unseren Fuß einmal Salz, ne? So da rein. Schön rein. So, dann Füße alle raus. Stühle weg, Becken weg. Oh, guck mal. Die sind süß, aber... Aber die kann man doch jetzt nicht so nötigen. Das kann ich grad sagen. Das kann man denen noch gar nicht antun. Jetzt seid nicht so. Ihr macht... Also ihr kotzt in Autos und was weiß ich. Aber jetzt... Ja, das ist ja privat. Wenn ihr keine Kamera läuft. Guck mal, alle gehen zu Ina. Nein. Ja, alle bei Ina. Nein. So nicht, ne? Jetzt machst du da mit. Mach mit. Wir haben aber gerade in den Zeh gebissen. Das ist nicht auszuhalten. Die Kleine hat gar keinen Bock. Keinen Bock, ja. Ich glaube, die Idee war super. Ja. Die Exekution war noch nicht so gut. War irgendwie Glück für dich, würde ich mal sagen. Ja, die Ziegen sind meine Freunde, ne? Findet ihr nicht, dass die total stinken? Ja. Sag mal. Ihr sitzt doch gar nicht hier. Okay. Die Idee zählt. Ein riesen Applaus für die Ziegen. Und jetzt singen wir. Und du brauchst ein Mikro. Achtung, nicht fallen. Klaas! Heuer! Umlauf! Danke schön. It was a great song! Sorry I have the English... Schmarrn. Ich sag mir so. Kopp hoch, Kleines! Starker Arme! Wann hasst ihr euch eigentlich? Was findest du an Scheiße, an Klaas? Und was findest du? Ne, es gibt immer nur ganz kleine Momente, wo wir uns hassen. Und das sind dann manchmal so nach einer Sendung. Also wenn man dann... Wir haben eben lustigerweise noch darüber gesprochen, bevor wir hier rangelaufen sind, dass wenn wir uns in die Haare kriegen, und wir kriegen uns echt selten in die Haare, dass man dann sagt, das fand ich nicht gut oder das fand ich nicht gut. Aber das ist halt auch dann... Da redet man einmal drüber und uns die Sache aus der Welt. War gut. Was war mit Amore, Klaas? Wann hattest du deine erste Freundin? Meine erste richtige Freundin hatte ich so... Da war ich glaube ich 13. Die hieß Doro. Ich kann heute noch die Telefonnummer von der auswendig. Wirklich? Ja. Sie hat die Nummer noch? Kam die aus Oldenburg? Ne, ne, ne. Die kam uns müde an. Ich hab sie kennengennt im Urlaub. Und Doro hieß sie. Und die war total lieb. Und wir haben uns herzzerreißende Briefe geschrieben und so weiter. 13 finde ich immer sehr jung. Ja. Hattest du auch schon mit 13 Freunden? Mit Knutschen und so? Ich hatte viel früher. Wann? Ich hatte Anna. Da war ich vielleicht 5 oder so. Meine Schwester hat immer auf Anna aufgepasst. Und Anna und ich haben uns zurückgezogen. Anna Lenzen, gegrüßt seist du an dieser Stelle. Ihr Vater hat so ein Masseurinstitut bei uns in der Ortschaft da. Was ist denn Masseurinstitut? Ja, ja. Kannst ja eins und eins. Sag mal so, du gehst öfter mal in die Sauna. Der hatte halt ein Masseurinstitut gehabt. Institut finde ich aber toll. Ja, was auch immer. Wir haben gesagt, dass wir im Zimmer sind und malen. Aber wir haben geknutscht. Und da hast du den Pinsel schon mal rausgeholt? Ja. Und irgendwann hat dann Anna in einer ruhigen Minute meiner Schwester gesteckt. Du, Sabine, wir haben gar nicht gemalt. Wir haben uns geküsst. Und da wusste meine Schwester. Aus welchem Dorf kommst du? Ich komme aus Schwalmthal, Waldnil am Niederrhein. Ich kenne keine Sau noch mehr. Nee, wirklich nicht. Das ist A52, wenn du nach Vermont, wenn du Düsseldorf mit in Gladbach so die Ecke bist da. Du bist Gladbach-Fan, ne? Ja, durch und durch. Und du riechst dich über Klaas so auf, weil Klaas hat von Fußball überhaupt keine Ahnung. Was ist das denn? Ja, das weiß ich. Und dann liest er sich immer so ein bisschen Kicker online durch und weil er so ein Gehirn hat, was das alles so aufsaut. Der hat immer so gefährliches Wissen. Weißt du? Das Ding ist ja, du kannst den Kicker lesen, das ist die eine Sache. Aber du kannst die Sachen lesen und dir merken, wo alle sagen, die Ahnung von Fußball haben. Oh fuck, der redet da gerade über etwas, wo ich mir denke so, wenn der das weiß, dann muss der richtig Ahnung von Fußball haben. Ich halte mal lieber die Klappe. Und Klaas hat wirklich gar keine Ahnung von Fußball, ja? Also Klaas trägt gerne mal einen Bad Hair Day, eine Schalke 04 Mütze. Ist Fan von FC St. Pauli, trägt auch gerne mal den Hoodie davon mit dem Totenkopf. Was schon mal dafür spricht, dass er wirklich gar nicht weiß, was in der Fußballwelt los ist. Und fängt dann aber dann in so einer Fußballrunde an, über Dinge zu reden, wo du denkst so... Sau gefährlich. Ja, total. Das ist Harakiri. Und dann hat er irgendwann ein Pauli-Shirt und eine Schalke-Mütze auf und dann geht der... Ja, so doof bin ich auch nicht mehr. Aber... Aber... Hey, 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 hey! Hey! Nein! 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 Aber das ist so... Übrigens, das ist ein Prinzip, das wende ich auf ganz viele verschiedene Bereiche an, Das ist nicht nur Fußball, das ist auch Literatur, Kunstgeschichte, Weltwissen. Ja? Einfach beeindrucken durch Halbwissen. Ich glaube, das ist eine ganz große Kunst von Klaas. Du kannst dir Sachen... Ja. Du kannst dir Sachen lesen oder erkennen und dann nimmst du die auf und dann vergisst du die Hälfte davon wieder und dann kannst du mit so einem Halbwissen bei völliger... Oder bei halber Ahnungslosigkeit kannst du einfach so selbstbewusst auftreten, dass jeder dir glaubt. Natürlich, klar. Irgendwie ist das ein Phänomen. Hast du ein gutes Abi gemacht? So hangele ich mich durch mein ganzes Leben. Hast du? Das ist... Was? Nichts? Ne, du ganz ehrlich, mein Abischnitt kann keiner unterbiegen. 100%ig. Nein. Doch. Was sagst du? Das sag ich nicht. Mein Abischnitt ist 3,7. Ich bin dann weg. Klaas? Ja. Jesko? Wer ist denn Jesko? Jesko? Das ist Joko. Kann ich kurz noch was zu erzählen? Joko ist mal zu mir gekommen. Aber die Story ist gut. Nehmen sie mal die Instrumente in den Anschlag. Um Jokos Humor mal so ein bisschen zu definieren. Es gab mal eine Band, die hieß Two Door Cinema Club. Und da steht also auf der Platte drauf und die waren bei uns zu Gast und er kommt mit dieser Platte an und die beiden O's von dem Door, die waren so in der Typografie wie eine Brille. Und hinter dieser Brille war eine Katze, die diese Brille vermeintlich auf hatte, auf dem Cover dieser Band. Und Joko kam ganz aufgeregt zu mir und sagte, guck mal Klaas, wie lustig, die Katze hat eine Brille auf. So. Und ich dachte, okay, ist das jetzt die ganze Geschichte oder was? Und dann sagte Joko, ja guck mal, das ist witzig, weil genau wie ein Mensch. Ja. Super, das ist. Das ist Joko's Humor. Joko's Humor besteht daraus, dass entweder zum Beispiel, oder wenn Sachen größer sind als in echt. Also es gibt zum Beispiel jetzt diese großen Feuerzeuge, die man überall an der Tankstelle kaufen kann. Die sind größer als echte Feuerzeuge. Und dann kommt Joko an und sagt, guck mal, dieses Feuerzeug ist größer als ein echtes Feuerzeug. Lustig, nicht? Ich finde die Vorstellung so lustig, dass man auch so eine große Zigarette rauchen würde. So. Vielleicht solltest du das einfach immer noch dazu sagen, wenn du sowas nicht sagst. Ja, stell dir mal vor, dass du so ein ganz großes Feuerzeug hast und so eine große Zigarettenschachtel machst. Weißt du, ist lustig, wenn einer so eine übergroße Brille aufhätte, die so größer ist als nötig. So. Wir haben genau die Temperatur erreicht, die wir für unsere nächsten Gäste brauchen. Haben wir noch Gäste? Ja, ich freue mich total, weil HMBC, den richtigen Namen kann ich mir extrem schwer merken, den werden sie gleich selber erzählen, sind heute da und sie kommen aus Tirol und sie singen in einem Slang und ich habe dieses Lied entdeckt im Internet. Aber außer mir haben es noch 3,5 andere, 3,5 Millionen, meine Gäste. Dreieinhalb andere Leute finden das auch gut. Das haben so wenige Menschen gesehen, die muss ich einladen. Ich bin geschafft. Jedenfalls haben, außer mir noch 3,5 andere Menschen geguckt und ich fand das Lied so toll und es passt absolut gerade zu unserer Situation. Bitte begrüßt mit mir HBMUC! Hallo, 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 hallo! Ach Jungs, ihr habt einen langen Weg heute hergehabt und ich liebe euer Lied. Ihr behauptet von euch, ihr werdet die Spice Girls der Volksmusik. Das war ihr. Du, kannst du mir bitte einmal euren ganzen Namen sagen, weil ich immer nur die 4 Buchstaben hinkriege. Der Name heisst Holsturnar Musik Big Band Club. Und das Lied heisst von... Von Milla... Bis... ...Schop... ...Geschopono. Ja, wir freuen uns! So, pssst, Musik. Ah, 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 ah. Ja, ich lasse deinen grewen Lied. Jungs-Hodd, workbench, Epsunders, Leg stepping. Spannende Musik 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 Das war in der Nacht, ich bin dankbar weg, weil du holt ein Glas bei Lena, bei meinen Jungs, bei meinem Publikum, bei allen, die da bei Casper natürlich und bei meinem Vorarlberg. Das war in der Nacht, ich bin dankbar, ich bin dankbar, ich bin dankbar. Schön! Dankeschön! Moin! HMWC aus dem Vorarlberg, ihr seid toll!